Nach dem erfolgreichen Auftakt der Videoreihe J. Reif Fendt Classics schließt Teil 2 nun nahtlos an und erzählt die Geschichte des Fendt Traktorenbaus von 1959 bis 1969. Ein richtungsweisender Abschnitt für Fendt, in dem die legendäre FF-Reihe geboren wurde. FIX Farmer Favorit – Traktoren, die bis heute begeistern. J. Reif Fendt Classics Teil 2 zeigt fast 40 Fendt Traktoren, darunter viele Einzelstücke und Prototypen im originalgetreuen Feldeinsatz. 90 Minuten spannende Unterhaltung und Informationen – jetzt auf DVD und 4K-Videostream. Untertitelung des ZDF für funk, 2017